Hoppla! Oh! Da wäre ich ja beinahe überfahren worden. Ja, da muss man aufpassen. Gar kein ungefährliches Verkehrsmittel, so ein Kinderwagen. Süßer Bengel! Oder ist eine Dame? Bitte? Sie sprechen nicht mit jedem, Sie sind wohl im Dienst, ja? Natürlich! Ich fahre an schönen Frühlingstagen mit Baby durch den Sonnenschein. Das ist sehr gesund. Die Sonne lacht und Baby lacht. Muss ich da nicht glücklich sein? Das ist ein Grund. Und manchmal schauen in meinen Wagen die Leute voller Freude rein. Das kann man verstehen. Und ich bin stolz, wenn jemand Kuckuck sagt und mich nett und freundlich fragt. Kleine Mama, wie geht es ihrem Baby? Was macht das Bübchen? Kannst denn schon wieder retten? Da, 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 sagt schon Mama. Das süße kleine Baby, das hat ja Grübchen. Ach Gott, wie schön genau. Da, 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 da. Wo ist denn bloß unser kleiner Du? Du, 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 du. Der große C ist ja meiner Du. Du, 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 du. Mehr direkt zum Tenor. Kleine Mama, von ihrem süßen Baby wäre ich so gerne der Herr Papa. Du, 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 du. Da-ba-da. Kleine Mama, von Ihrem süßem Baby will ich so gerne, der Herr Papa. Tja, das ist leider nicht möglich. Wieso? Ach, Sie sind verheiratet. Na, natürlich. Ach, schade. Na, hören Sie. Ich meinte nur noch. Auf Wiedersehen. Bitte? Auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Tschüss. Uh. 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 Süß.